Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Als Stier bist du oft für deine Standhaftigkeit und Zuverlässigkeit bekannt. Der heutige Tag fordert dich jedoch auf, dich aus deiner Komfortzone herauszuwagen, vor allem in Bereichen, in denen du bisher gezögert hast, deine Grenzen auszutesten. Nimm diese Herausforderung als Chance an, um zu wachsen und dich zu verbessern. Diese Zeit ist eine deiner Hochphasen, in der deine innere Leidenschaft und deine Ausstrahlung nicht nur deinen Weg, sondern auch den deiner Umgebung erhellen. Nutze diese Energie, um kühne Schritte zu unternehmen und die Kontrolle zu übernehmen, denn du weißt, dass du dich nur dann wirklich weiterentwickeln und verbessern kannst, wenn du deine Grenzen überschreitest. Während dieser Zeit kann die Ausrichtung der Planeten Gefühle der Einsamkeit oder ein erhöhtes Bewusstsein für globale Ungleichgewichte hervorrufen. Es ist ganz natürlich, dass du dich angesichts der großen Probleme hilflos fühlst, aber denke daran, dass du nicht allein bist. Deine Sorgen und Gefühle mit vertrauten Freunden und Familienmitgliedern zu teilen, kann unglaublich heilsam sein. Dies ist eine Zeit, in der du dich öffnen und mit anderen auf einer tieferen Ebene in Kontakt treten kannst, um dich von den Menschen um dich herum unterstützen und aufrichten zu lassen. In deinem Berufsleben könnten unerwartete Wendungen in deinem aktuellen Projekt zunächst abschreckend wirken, aber sie könnten sich als vorteilhaft erweisen. Anpassungsfähigkeit wird heute dein größtes Kapital sein. Nimm die unerwarteten Veränderungen an und denke schnell. Diese Flexibilität und dein schnelles Denken werden wahrscheinlich bemerkt und geschätzt, was zu neuen Chancen oder Anerkennung führen kann. Was dein Liebesleben angeht, ist es eine Zeit des Nachdenkens und nicht der impulsiven Entscheidungen. Selbst wenn du dir deiner Gefühle und Absichten sicher bist, ist es ratsam, innezuhalten und nachzudenken. Die aktuellen astrologischen Einflüsse deuten darauf hin, dass deine Sichtweise verzehrt sein könnte, also lass dir etwas Zeit. Geduld kann jetzt zu einem klareren Verständnis und besseren Entscheidungen in deinen Beziehungen führen. Wenn sich die Sterne in dieser Woche zu deinen Gunsten ausrichten, wirst du von einer Welle des Positiven und des Glücks überrollt werden. Das Universum ist dabei, ein bedeutendes und freudiges Ereignis in dein Leben zu bringen. Ganz gleich, ob es sich um eine zufällige Begegnung handelt, die zu einer bedeutsamen Verbindung führt, oder um eine unerwartete Gelegenheit bei der Arbeit, sei bereit, sie mit offenen Armen zu empfangen. Diese Zeit ist eine Zeit des Wachstums und des Glücks, in der deine Bemühungen anerkannt werden und deine Träume beginnen, sich zu verwirklichen. Halte dein Herz offen und sei optimistisch, denn der Kosmos hat sich verschworen, dich mit Überfluss und Freude zu segnen. Astrologisch gesehen betont der Aspekt von Merkur im Steinbock mit Saturn in den Fischen die Bedeutung von Kommunikation. Auch wenn deine Worte einfach und direkt klingen, haben sie großes Gewicht. Das Quadrat des Löwemondes zum rückläufigen Uranus im Stier weckt den Wunsch nach Innovation und Veränderung. Diese kosmische Energie ermutigt dich, neue Ideen und Wege zu erkunden, sowohl im Beruf als auch in deinen persönlichen Beziehungen. Es ist ein idealer Zeitpunkt, um neue Strategien umzusetzen und deine Ziele zu erhöhen, denn das astrologische Klima ist förderlich für Transformation und Fortschritt. Denk daran, dass der Weg der Entwicklung zwar herausfordernd sein kann, aber kleine, konsequente Anpassungen und eine ausgewogene Herangehensweise können die Reise überschaubar und lohnend machen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Der Magier steht für Manifestation, Macht und die Fähigkeit, deine Wünsche in die Realität umzusetzen. Sie steht für eine Zeit, in der du über die Mittel und Ressourcen verfügst, um positive Veränderungen zu bewirken und deine Lebensumstände zu verändern. Der Magier zeigt dir heute, dass du die Fähigkeit hast, dein eigenes Schicksal zu beeinflussen und deine Träume zu verwirklichen. Es ist ein Tag, an dem du deine Fähigkeiten und Ressourcen nutzen kannst, um deine Absichten zu verwirklichen. Die Neun der Schwerter ist eine Karte der Ängste, Sorgen und Schlaflosen-Nächte. Sie steht oft für mentale Ängste und übermäßiges Nachdenken. Heute zeigt die Neun der Schwerter an, dass du Stress, Ängste oder Sorgen hast, die dich nachts wachhalten. Es ist wichtig, dass du dich mit diesen Sorgen auseinandersetzt und nach Wegen suchst, um deinen Seelenfrieden zu finden. Die umgekehrte 2 der Schwerter deutet auf eine Entscheidung oder eine Situation hin, in der du es vielleicht vermieden hast, eine Entscheidung zu treffen oder dich einer Sache direkt zu stellen. Es bedeutet, dass du die Augenbinde abnehmen und dich einer Entscheidung oder einem Problem stellen musst, das dich festgefahren hat. Für heute rät dir diese Karte, dich nicht länger vor einer wichtigen Entscheidung zu drücken, denn die Zeit für eine Lösung ist gekommen. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag der Ermächtigung, der Auseinandersetzung mit Ängsten und der Bewältigung von Vermeidungen hin. Der Magier erinnert dich an deine angeborene Macht, dein Leben zu gestalten. Die Neun der Schwerter zeigt dir, dass du dich mit Ängsten und Sorgen auseinandersetzen Die umgekehrte 2 der Schwerter signaliert, dass du eine Entscheidung treffen oder dich einer Situation stellen musst, der du bisher ausgewichen bist. Erkenne heute deine eigene Macht, positive Veränderungen zu bewirken, wie es der Magier anzeigt. Stelle dich den Ängsten und Sorgen, die die Neun der Schwerter anzeigt, indem du praktische Schritte unternimmst, um deinen Seelenfrieden zu finden. Außerdem solltest du dich einer Entscheidung oder Situation stellen, der du vielleicht aus dem Weg gegangen bist, und dir die Kraft und Klarheit zu eigen machen, die du bekommst, wenn du Entscheidungen triffst und Probleme direkt ansprichst. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020